Hallo, ein Learning Management System, kurz LMS, auf Deutsch auch Lernplattform genannt, ist ein komplexes Software-System, das der Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernvorgängen dient. Das LMS dient auch zur Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden, es regelt den Informationsfluss und übernimmt zahlreiche Verwaltungsaufgaben. Die meisten deutschen Hochschulen setzen dabei auf die australische Plattform Moodle, andere nutzen Ilias oder auch eigene Systeme wie unseren Virtual Linguistics Campus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017